shotguns sollen ja auch weh tun habe ich mir sagen lassen auch wenn ich nicht weiß wieviel Schuss die hat. Das ist mein Problem. Irgendwie kommen jetzt alle Sollen sie. Ah ok. Einer auf dem Dach über dir. Über mir? Ja. Wie soll ich denn da hinkommen. Ich hab einen. Wir gehen jetzt zu Alpha. Was ist ein Alpha? Alpha ist da drüben. Dritter. Ich muss hier weg. Vierter erwischt. Gnadenloser Killer eins. Fünf erwischt. Jetzt läuft einer an dem gelben Haus entlang. Sechster Abschuss und ich bin selbst in die Luft geflogen. Shotgun war leer. Ja. Jetzt will ich aber trotzdem gleich mal wissen was das für eine feiss scheiss fucking Taste ist.